Vers 4, denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Auch ihr, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort mit eurer Todesstrafe. Das ist nicht, was Jesus lehrt. Aber ich habe dir gerade aus dem Neuen Testament zitiert. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist Neues Testament. Das ist, was Jesus sagt. Und außerdem, Jesus müsste das gar nicht sagen im Neuen Testament. Es würde trotzdem gelten. Denn rate mal was, das ist das Wort Gottes, das Alte Testament. Woher das kommt, dieses Zitat. Und wer hat das Wort Gottes? Jesus ist das Wort Gottes. Also behaupte nicht, dass Jesus nicht die Todesstrafe lehrt. Jesus lehrt die Todesstrafe und er wiederholt das im Neuen Testament. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Und übrigens glaube ich nicht, dass mit dem Wort Fluchen ganz einfach gemeint ist, eine Beleidigung auszusprechen. Sondern wenn du das Wort studierst, dann geht es darum, jemandem Schlechtes an den Hals zu wünschen. Insbesondere jemandem den Tod zu wünschen, glaube ich. Es gibt das Beispiel, wo Saul dem Volk geboten hat, dass es im Krieg war, dass sie nichts essen sollten. Was natürlich eine dumme Idee war. Jonathan, sein Sohn, wusste nichts davon. Er hat Honig gegessen. Und Saul hatte aber eben diesen Fluch ausgesprochen. Wir lesen davon im Alten Testament eindeutig. Und was sagt dann Saul zu Jonathan, als er den Honig gegessen hatte? Du musst gewiss nicht sterben. Das wäre ein Beispiel dafür, dass zu verfluchen bedeutet, jemandem eigentlich den Tod an den Hals zu wünschen. Und ein weiteres Beispiel wäre Galater 1, Vers 8 bis 9, wo es heißt, dass jemand, der ein anderes Evangelium verkündigt, verflucht sei. Ich glaube auch, dass damit gemeint ist, jemandem den Tod zu wünschen. Mit anderen Worten, diese Irrlehrer, die ein falsches Evangelium verkündigen, sollen sie sterben und zur Hölle fahren. Was Sinn macht dieser Gedanke? Denn im Judasbrief beispielsweise lernen wir über verworfene Irrlehrer, dass es für sie sowieso keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind verworfen, sie werden sowieso zur Hölle fahren. Also es wäre besser, dass sie früher sterben, damit sie weniger Leute mit sich in die Hölle reißen. Also es macht keinen Sinn, sie zu verfluchen, einfach nur, dass sie krank werden oder so. Sie werden sowieso zur Hölle fahren. Also hey, es wäre besser, wenn sie schon eher sterben. Deswegen sollen wir sie verfluchen. Wir sollen ihnen ruhig den Tod wünschen. Also wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wenn ein Kind seinen Eltern Schlechtes an den Hals wünscht, sie ihnen vielleicht sogar den Tod wünscht, es wäre besser, wenn ihr tot wärt, dann soll dieses Kind getötet werden. Es hat die Todesstrafe verdient. Auch dieser Vers an sich, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben, zeigt, dass es bei dem Wort Fluchen hauptsächlich darum geht, jemandem den Tod zu wünschen. Denn was ist die Folge davon? Das Kind soll getötet werden im Gegenzug.